Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Dauntless, einem neuen Bildvideo. Falls ich mich noch ein bisschen merkwürdig anhöre, noch Wortfindungsstörungen habe oder sonstigen Kram hier bei mir am Start habe oder vielleicht ein bisschen zu leise rede. Mein Neffe ist hier und wir müssen leise sein, der muss noch ein bisschen schlafen. Ja und wie gesagt, ich bin noch ein bisschen müde, bin hier früh am Morgen aufgestanden und wollte das Video hier für euch aufzeichnen. Ich hoffe es passt und dass man mich gut versteht und so weiter. Müsste eigentlich alles so sein. Ich habe mal hier eine Schreckenspatrouille im Team gestartet und möchte euch jetzt heute, sage ich mal, eins der besseren Teambuilds zeigen, wo wir ganz gute Werte im Team bekommen. Ich drücke mal gerade weiter und gehe schon mal auf die nächste Seite in den Kampf rein sozusagen. Ich hoffe ich bin wirklich nicht zu leise, wenn dann, sorry. So, jetzt hier Moon Reaver Shrikes, sehr sehr schön, dass wir die bekommen haben, weil das ist ja so das Thema der Woche sozusagen, Moon Reaver Shrike. Ich zeige mal ganz kurz das Bild, wenn es denn mal reinlädt und die Jungs müssen kurz warten und mein Kaffee auch. So, ich habe hier die ostliche Repetierpistole natürlich, logisch. Es ist ein Pistolen-Bild. Ihr könnt einen Lauf dazu auswählen, das ist immer egal. Ich mache jetzt hier mal den Standardlauf, da ich dann den meisten Schaden habe. Dann die Salvenkammer habe ich hier drin, das ist aber auch egal, wie ihr hier spielen wollt, könnt ihr euch aussuchen. Habe ich hier die Rakete halt drin, den Kapitänsgriff, um die Stärkung auf den Boden zu schmeißen. Da werden wir später noch drauf eingehen. Glückliches Magazin, um die Gritschungs zu erhöhen. Das Steinherz Prisma habe ich hier mit drin, um ein bisschen Schild aufzubauen. Kann man aber auch spielen, wie man hier will. Ich wollte ganz speziell einfach auch mal das Steinherz Prisma zeigen, da es nicht so viel Anklang in der Spielerschaft findet. Die meisten spielen immer hier mit dem schmorenden Prisma oder vielleicht noch hier mit dem Schattenprisma oder sowas. Muss man gucken. Dann haben wir hier drin Zelle des Raubtiers und Zelle der Agilität. Wir haben Krone des Lichts mit Zelle der Gerissenheit. Wir haben den Hellplattenbrustpanzer mit Zelle der Gerissenheit. Wir haben Zuflucht des Lichts mit geschmolzener Zelle. Und wir haben Zelle des Ingenieurs im Dornenschritt drin. Kommen mal auf folgende Werte. Wir haben Gerissenheit plus 6, geschmolzen plus 6 und ich habe einen Froschenhals. Oh Gott. Uiuiui. So, Gerissenheit plus 6, geschmolzenheit plus 6, 6er Ingenieur, 6er Leitung, 6er Raubtier, 3er Agilität. Ich gucke noch mal ganz kurz drüber. Ihr könntet auch hingehen. Gerissenheit haben wir hier drin und Gerissenheit haben wir hier drin. Da könntet ihr auch das rausholen und dann mit Berserker spielen. Das wäre auch möglich. Kann man machen, wenn man es denn möchte. Was? Target Head. Please Target Head. Jo, können wir machen. Das ist natürlich ein Vorteil auch von den Pistolen, dass sie halt ganz gut ein Target auch rausziehen können. Auch bei Shroud zum Beispiel. Schlecht ist natürlich, dass sie nicht gut unterbrechen können. Oder beziehungsweise meines Erachtens gar nicht unterbrechen können. Ich kenne mal keine Variante. Ja, und damit hat man eigentlich ein super Unterstützerbild hier für Gruppen. Ich nutze das Bild hier eigentlich sehr, sehr gerne. Auch für Prüfungen oder sowas kann man die relativ gut nutzen. Ist ein allgemein gutes Bild. Man hat die Technikzelle hier. Die Gerissenheitszelle kann man dann auch noch wechseln und irgendwas anderes reinmachen. Also das Bild ist auch gut, sag ich mal, ein bisschen umbaubar. Man kann natürlich auch gewisse Teile austauschen, wenn man dann irgendwas anderes drin haben will, wie Wutjäger oder sowas, kann man auch machen. Ansonsten hat man hier ein schönes Ingenieurbild. Ihr wisst ja, darauf stehe ich immer und das macht halt schon Sinn. Und man kann mit Leitung, kann man halt schön buffen und mit der Laterne. Das habe ich jetzt gar nicht groß erwähnt. Machen wir aber noch. So, hier. Schön ausgewichen. Wahnsinn. Weniger schön ausgewichen. Das ist halt immer ganz wichtig bei Shrike. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wegen der Prüfung schon das ein bisschen erwähnt habe. Aber, dass man halt durch ihn durchaus weicht, ist bei ihm halt ganz wichtig, weil er sonst halt diesen Ansprung, da trifft er einen immer zweimal. Da muss man ein bisschen drauf achten. So, Laternenfähigkeit sollte immer am Start sein und durch den Wind sollte man weniger durch. Und was mache ich da überhaupt? So, jetzt sitzt er hier mal ein bisschen rum und jetzt werde ich meine Laterne zünden und hier die Gruppe stärken und buffen. So, hier wäre ich jetzt wieder durchgerollt und jetzt machen wir hier deutlich mehr Schaden. Ist halt richtig geil. So, wir bauen uns noch schön Schild auf hier mit dem Steinherzprisma. Deswegen sage ich, ist es ein bisschen unterschätzt. Kann man auf jeden Fall nutzen. Gerade gegen dann auch mal stärkere Monster. Macht das schon Sinn. Ihr seht es hier oben, was ich da aufbaue. Ist auch sehr gut zu spielen, das Bild, wenn man hier zum Beispiel Wächter reinnimmt. Dann kriegt nämlich jeder da oben von dem Schild was. Oder ein zweiter Spieler kriegt noch was von dem Schild hier oben ab. Das ist schon ganz geil. Und wenn ich mit stärkeren Pistolen spiele, also da ist ja noch ein bisschen was auch möglich vom Schaden her, dann geht natürlich auch mehr oder generiere ich schneller Schild und kann schneller Schild an die Mannschaft weitergeben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt liegt da tatsächlich jemand am Boden. Komm Jungs. Jetzt machen wir das hier mal. Ja, kann man auf jeden Fall sehr schön nachspielen. Ich hoffe jetzt, ja, jetzt unterbricht natürlich keiner. Hier mit einem guten Team wäre jetzt eine Unterbrechung. Hätte jetzt eine Unterbrechung stattgefunden. Ich hätte können die Masten hier aufstellen. Und wir hätten können, eine super schöne Schadensphase dem jetzt drücken. Das ist jetzt hier ein bisschen anders mit den Jungs. Die haben das, sind da noch nicht so geübt oder was. Oder können es vielleicht von den Waffen her nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Wir müssen leise sein. Mein Neffe muss schlafen. Das ist auch schön an einem Ingenieurbild für die Pistolen, dass man auch ein bisschen in der Range von der Laterne stehen bleiben kann und dann rausballern kann. Und trotzdem dann halt diesen erhöhten Schaden dann halt drin hat. Ich weiß, man muss irgendwann rangehen, um halt genau hier diese aufgeladene Sache da zu generieren. Ja, schon wieder keine Unterbrechung. Oh Gott. Ja, und von mir erst rechnet Pistole und so. Aber der Dual Blader zum Beispiel soll dir vielleicht schon unterbrechen. Wäre schon so eine Maßnahme, sage ich mal. Ja, alles klar. Alles klar. Hallo. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Oh, geht down. Klasse. Deswegen auch das Schild, dass es ein bisschen hilft, halt nicht so schnell down zu gehen und so. Aber jo, ihr wisst ja, wie ich es jetzt hier angehe. Wie ich es anzocke. So, können wir wieder die Masten aufsetzen. Wieder das Team massiv stärken. Ich hätte können auch jetzt den Lebensquellmasten mitnehmen. Das wäre auch gegangen. Ich gehe jetzt gleich noch ein bisschen nochmal stärker aufs Bild ein. Oh, und ich nutze fast gar nicht die Beschleunigung fürs Team. Natürlich der Y-Move, wie immer. Der geht bei mir immer unter, warum auch immer. So, hier. Jetzt haben wir auch schönen Kopf attackiert, was die Leute, glaube ich, wollten. Habe ich schon ganz vergessen. Geschmolzen ist drin, was schönes Team stärkt. Ich muss gleich mich noch ein bisschen zum Setup generell äußern. Habe ich jetzt gar nicht so gemacht. Aufgrund Zeitdruck. Ja, und ich lasse mich hier blatt hämmern. Bollwerktrank habe ich noch drin. Ist auch schön für die Prüfungen. Aber da kann man natürlich, hätte ich jetzt einen offensiven Trank wählen können, um mehr Schaden zu machen. Oder vielleicht die Angriffsgeschwindigkeit zu erhöhen oder sowas. Kann man natürlich machen. Wäre schon sinnvoll. Und nicht Bollwerktrank jetzt beim Moonweaver Shrike drin zu haben. Tränke halt ein bisschen anpassen, klar. Und da gab es mal eine Unterbrechung. Jetzt wäre es natürlich wunderbar gewesen, hätte ich jetzt noch meine Masten, die jetzt zu nutzen. Aber mit Geschmolzen und Leitung und so. Seht ihr, so kann man da super schön ausweichen mit dem Sprung nach vorne. Muss man auch nicht zweimal ausweichen. Oder was hier ähnlich eigentlich. Wenn er da so rumschlägt, was die Prüfungen angeht, einfach ihn durch ausweichen. Das ist eigentlich echt easy. Hier dann die Unterbrechung starten, wenn er dann kommt. Oder wenn er nicht kommt, einfach rechts links gehen. Was ich jetzt super gut gemacht habe. Da trefft er einen eigentlich gar nicht. Also ausweichen muss man schon beim zweiten Move. So ist es nicht. So, angesprungen. Seht ihr, das kann man schön durchstechen. Ist vielleicht jetzt gerade ganz witzig und gut, dass es jetzt Moonweaver Shrike geworden ist, gegen den wir hier spielen. Bei ihm ist es natürlich eigentlich wichtig, dass man eine Waffe hat, die unterbrechen kann. Schon klar. Aber jetzt aufgrund des Builds und so weiter, kann man es dann halt jetzt mal so sehen, wie es ohne Unterbrechung abläuft. So, jetzt haut der ab. Mit einem guten Team, sag ich mal, einem guten Schaden, den man hier fährt, hat man natürlich den Vorteil, dass das Ingenieurbild wesentlich stärker ist, weil es halt schneller halt, was hart, was ist noch dran hart? Ja, weil es halt wesentlich schneller, sag ich mal, den Leuten hier hilft. Quatsch, was rede ich da? Weil die viel mehr Schaden machen und dann liegt das Monster halt schneller. Jetzt hier werden wahrscheinlich die Leute noch nicht die höchsten Waffen haben. Das ist halt immer so, wenn man diese Anfangspatrouillen hier startet. Und dann hat man das Problem, dass man die auch ein bisschen vom Schaden her durchziehen muss und dann sieht man das gar nicht so gut vom Schaden her. Aber jetzt geht es ganz gut ab. Holen wir uns noch das letzte Teil hier mit dem Schwanz vielleicht, dass er nochmal einen Teilbruch bekommt und wieder so da rumstackert. Hoffe ich zumindest mal. Da haben wir es gesehen, das war genau meine Idee. Jetzt seht ihr das, jetzt ist er zu Boden gefallen, jetzt macht er auch gleich Feierabend, denke ich mal. Der hat jetzt so viel Schaden kassiert. So, die Laterne kann ich gar nicht ausnutzen, also der Boost für die Gruppe ist schon da oder war da. Der ist alle 15 Sekunden, habe ich jetzt die Laterne da ausgewählt, die man alle 15 Sekunden startet, weil ich keine Regulation drin habe und so immer ein bisschen Angriffsboost für die Gruppe da habe, in einem gewissen Umfeld oder in einem gewissen Umkreis so rum. So, hier wieder durchgedasht, seht ihr das, einfach durchspringen, einmal aufstehen, ein bisschen weiterlaufen, das reicht schon. Da kann man sich noch ein bisschen Ausdauer sparen, viele Leute däschen da zweimal oder so. Einfach einmal reicht und weiterlaufen. Zumindest mal in meinen Versionen reicht das immer. So, da kann man noch schönen Loot abstauben, wunderbar. So, hier aufladen. Da hat er noch ein Teil, das wir brechen könnten. Ich glaube aber, so lange wird er nicht mehr machen, normalerweise. Würde ich doch mal fast behaupten. Ja, das war grottenschlecht. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, falle ich auch gleich wieder. Ich heimige mal kurz und falle trotzdem, oder was? Ne, machen wir nicht. Okay. Hier, durch den Durchgedasht, wunderschön. Wunder, wunderschön. So, fall jetzt mal um, ich habe keinen Bock mehr. Oh, das gibt es doch gar nicht. Da kämpfst du wirklich zehn Minuten. Das ist ein bisschen schade, wenn man den Low-Level-Leuten ein bisschen helfen will. Ach, man zieht hier eigentlich nur mit. Das ist echt Wahnsinn. Also, ob ich das jetzt mache, ist eine Frage jetzt vom Bild her. So, aber normalerweise zieht man so ordentlich mit. Hier, den würde ich, glaube ich, alleine viel, viel schneller machen. Das ist ein bisschen doof von der Skalierung her. Könnten Sie sich das überlegen? Keine Ahnung, das ist vielleicht am reellen Ausmaß der Spieler. Also, müssten jedem so einen Score geben, dass sie mir jetzt, was weiß ich, einen 9 geben und den anderen eine 3 oder eine 4 und dann ist der Gesamtscore, was weiß ich, 17 und dementsprechend wird das Monster dann ein bisschen skaliert. Ja, so könnte man es irgendwie machen. Ja gut, wäre aber auch doof für die hohen Spieler. Egal, vergiss es einfach. So, werde ich noch ein bisschen was zum Bild sagen. Ich denke, es ist eigentlich rübergekommen, wie das Bild funktioniert. Man muss die Masten aufsetzen, man muss die Laterne ständig spammen. Also, die Haltefähigkeit, sage ich mal, spammen, sofern es denn halt geht. Alle 15 Sekunden. Ich gehe nochmal ganz kurz drauf ein. Ausrüstung. Also, wie gesagt, wir haben gar nichts. Ganz kurzer Moment. Bitte lad rein, lad rein. Uiuiui. So, wir haben die Pistolen, die Läufe und so weiter sind alles egal. Das ist alles so, wie ihr es halt praktisch spielen wollt. Wir haben Zelle des Raubtiers hier drin. Leitung und Zelle der Gerissenheit, wie gesagt, ist austauschbar. Hier wieder geschmolzen und Zelle der Gerissenheit. Dadurch wird Gerissenheit halt eben tauschbar. Und man könnte auch Bersager reinnehmen und dann auf die Crit-Treffer spielen. Hier oben statt dem Steinherzprisma auch was nehmen, was Schaden macht. Dann geht man viel mehr auf Schaden. Hat trotzdem die Gruppenbuffs drin mit Geschmolzen und Leitung. Dann haben wir Zuflucht des Lichts wieder mit Leitung und geschmolzener Zelle. Dann haben wir hier Raubtier, also Dornenschritt mit Raubtier, was auf jeden Fall gut ist. Man hat mit der Pistole oft Phasen, wo man nicht so oft getroffen wird. Und Zelle des Ingenieurs drin. Und dann hier unten habe ich mich für Shrikes Eifer entschieden. Bewege dich sechs Sekunden lang schneller. Um 40 Prozent schneller ist bei den Pistolen auf jeden Fall nett, dass man da ein bisschen mehr rechts, links oder schneller rechts, links sich bewegen kann. Oder auch aufs Monster zu. Und dann erzeugt eine Aura, die das Leeren in der Nähe für 15 Sekunden lang 15 Prozent mehr Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit gewährt. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Und die Synergieeffekte ist natürlich klar. Man bekommt Leitung alle 15 Sekunden rein, wo man dann nochmal 8 Sekunden lang 25 Prozent plus da unten die 15 Prozent sind, also 40 Prozent schneller. Die 15 Prozent von Shrikes Eifer ticken dann halt eben 15 Sekunden lang durch und 8 Sekunden ist Leitung noch mit drin. Dann haben wir Ingenieur, klar, haben wir gesehen, setzen wir einen Gruppen-Buff auf. Und mit Geschmolzen haben wir dann auch noch eine schöne Schnelligkeits-Buff drin. Denn hauptsächlich geht es mir hier halt natürlich um den Ingenieur. Und hier oben über die Zusatzfähigkeit, diese Y-Fähigkeit, die ist immer so super. Oder die bei uns hier auf der Xbox Y ist die sekundäre Fähigkeit. Wirf eine aufsammelbare Stärkung, die 15 Sekunden lang die Angriffsgeschwindigkeit um 20 Prozent erhöht. Blabla. Und gewährt allens lehrend dieselbe Stärkung, wenn du es halt mit ermächtigster Munition machst. Dieser Munition, wenn du nah am Monster dran warst und da nachgeladen hast. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr starkes Bild, denke ich. Ist cool austausch, also cool wechselbar, wie ich schon eben erwähnte, dass man hier Zell der Gerissenheit rausholen kann. Und kann dann eben, was auch immer man möchte. Man könnte auch Zell der Säure reinnehmen, um ein bisschen halt hier Wundschaden zu machen. Und seine Wundskillung da nach oben oder die Meisterschaft nach oben zu bekommen. Selbst dafür wäre es noch halbwegs geeignet. Man könnte hier, wenn man Solo oder das doch ein bisschen mehr Solomäßiger angeht, Zelle der wilden Raserei, äh Quatsch, stimmt ja gar nicht. Zelle der wendigen Wut könnte man zum Beispiel ein bisschen einbauen. Zelle des Berserkers könnte man einbauen. Also hier, um mehr Angriffsgeschwindigkeit zu bekommen, wenn man ausweicht. Und das ist relativ lang. Ich glaube 25 oder 16 Sekunden oder sowas. Ja, und Zelle des Berserkers halt, um mehr Schaden zu machen. Man wird aber ein bisschen anfälliger. Jo, ist alles möglich, es macht alles Sinn und ist ein richtig starker Bild. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, man konnte mich gut verstehen und ich war nicht zu leise. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.